Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 4 von Earth 2150 Lost Souls. Die vierte Version in der EED-Kampagne steht an und die findet in Bulgarien statt. Und weil ich sie jetzt wieder mal gespielt habe und mal wieder kläglich versagt habe, spiele ich sie jetzt wieder auf leicht. Warum habe ich versagt? Weil die KI mal wieder richtig schön bescheißt und ständig einfach nur Einheiten in die Maps spawnt. Und weil ich mich weigere, diese Art von Design zu unterstützen, spiele ich einfach auf leicht. Ich habe keinen Bock mehr, ganz einfach. Auf so eine Art von Game Design habe ich keine Lust. Das ist einfach nur lazy. Diesmal geht es gegen die UCS. Relativ große Basis. Nachdem die Fluchtshuttles der EED so massiv bedrängt wurden, wollte der Zar nun zu einem Gegenschlag ausholen. Er schickte Fedorov nach Bulgarien, wo sich eine Produktionsanlage der UCS befand. Fedorov sollte sie dem Erdboden gleich machen, um damit zu zeigen, dass die Idee sich nicht alles gefallen ließ. Fedorov hielt die Idee zwar für nicht strategisch sinnvoll, dennoch begab er sich mit seinen Truppen an den Einsatzort. Ihre Einsatzbasis sollte im Norden von Bulgarien errichtet werden, zumal die Produktionsanlage der UCS weit im Süden lag. Die Basis der UCS war schwer befestigt und der Fluss, der die beiden Parteien voneinander trennte, stellte ein weiteres Hindernis auf dem Weg der Eroberung dar. Erschwerend kam hinzu, dass sie nur von Osten her angegriffen werden konnte und dort mit entsprechender Befestigungen beschützt wurde. Nichtsdestotrotz machte sich Fedorov an die Arbeit. Okay, erstmal die Besprechung. Wir wurden nun lange genug von LC und UCS traktiert. Es ist Zeit zurückzuschlagen, um unsere Gegner von unseren Startrampen abzulenken. Ich habe ihnen ein passendes Ziel rausgesucht. Die UCS-Basis in Bulgarien nehmen sie sich ein paar Truppen und fliegen sie dorthin. Äh, ja, jetzt habe ich gerade einen Punkt überlesen. Errichten sie dort eine Basis und zerstören sie den Stützpunkt der UCS. General, wie sie wünschen, das tut nicht zur Sache. Führen sie an ihre Befehle aus. Nun gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Ja, ja. Diese Besprechungen sind wirklich nicht besonders spannend. Kann man eigentlich komplett... Eigentlich ist es auch nur eine Wiederholung von dem Video. Ja, äh. Gott. Ähm. Wir sind auf der langsamen Geschwindigkeit. Als erstes schicken wir ein paar... Ähm... Was schicken wir denn in die Missionen ab? Fertig. Ähm. Auf den Weg. Wir schicken die Raketenwerfer. Was folgendes wird passieren. Ähm. Nach relativ... Na, nicht zu kurzer Zeit. Aber bald greifen uns die UCS mit einer jeder Menge Flugzeugen an. Und später dann auch mit richtig schweren Mechs. Und jetzt auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad wird das wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger... Frequent sein. Und wahrscheinlich auch ein paar Einheiten weniger, die mir da immer wieder reingespawnt werden dann. Außerdem... Ähm... Ähm... Müssen wir hier relativ schnell... Selbstverständlich. Noch der Wirtschaft hochziehen, denn hier ist jede Menge Erz am Start. Neue Bodenschätze lokalisiert. Und... Ne Waffenfabrik brauchen wir ebenfalls. Und... Was unterwegs? Ja. Seid ihr voll? Sie sind voll. Dann nehmen wir als nächstes noch ein paar davon mit. Forschen können wir wahrscheinlich auch wieder. Ja. Den schweren Turm und den brauchen wir definitiv in der Mission, denn hier werden wir sehr viel abwehren müssen. Jetzt gebe ich mal ein bisschen Gas. Was? So, Wirtschaft, Miene. Selbstverständlich. Transporter ist angekommen. Selbstverständlich. So, unsere Basis steht jetzt. Dann wollen wir uns mal um die UCS kümmern. Halten sie ihre Truppen in Bereitschaft, Kommandant. Sehr wohl, General. Ja, wer bin ich jetzt? Der General oder der Kommandant? Ist das irgendwie... ein Zwiegespräch, ein Inneres? Los. Selbstverständlich. 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 Zurück in die Basis. Wer sich... Wir fahren. Natürlich. Wer sich... Da kommen sie... So, dann werden wir das Ganze mal etwas beschleunigen und zwar brauchen wir sofort Luftabwehr. Das ist sehr wichtig. Ja. Wie alt ist. Was ist... ... ... ... ... Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Gut. Dann noch ein paar. Fertig. Und den hier in die Mission. Und zwar zwei noch. Die anderen brauche ich nicht. Und dann auf jeden Fall. Munitionstransporter. Nein, kein Produktionszentrum, sondern eine Raffinerie. Du kannst mal bitte einen Rap bauen. Angelaufen. So. Gibt das Arbeit für mich? Potsdam und jetzt. So, außerdem jede Menge Abwehrgebäude. Jetzt haben wir den schweren Turm schon. Davon brauchen wir viele. Dieser ganze Wald hier, der wird nachher nicht mehr stehen. Das kann ich jetzt schon versprechen. Produktion abgeschlossen. Selbstverständlich. So, dann schicken wir noch die Reps. Auf den Weg. Los. Und die Panzer. Wir werden auch gleich noch mal ins Konstruktionsfenster gehen. Denn es gibt einige Einheiten, die ich jetzt auf einmal konstruieren kann. Und dementsprechend auch bauen werde. Gibt es Arbeit für mich? Selbstverständlich. So, und außerdem bauen wir sofort auch noch einen Aufklärung. Ich weiß zwar, wie das Bissionsgebiet aussieht, aber trotzdem ist es gut, wenn wir ein bisschen scouten können. Ja, sie kommen. Ja, nur ein paar von den normalen Pissern. Was? Ja. Was ist Arbeit für mich? Selbstverständlich. Penner in Sicht. Wir werden angegriffen. Auf dem Weg. Selbstverständlich. Los. Selbstverständlich. Wie sie wünschen, Kommandant. Feind in Sicht. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Du bist gleich entlassen. Wir werden angegriffen. Ja. Wir fahren. So, die ganzen Militäreinheiten, alle einladen. Und ebenso die Rebs. Wir werden angegriffen. 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 Was ist los? Wir fahren. Por чем unjet? Gut. Was ist jetzt? Pennerin sie. Roger. So, wir sind da. Herr und Herr. Ihr müsst ein bisschen in den... Das Ende der Basis. Ihr seid Artillerie und euch kann ich da oben... Also die kann ich an der Front nicht gebrauchen. Die müssen hinter der Front stehen. Jawohl. Oh, jetzt wäre er wieder nicht geschafft zu bauen. Okay. Nur noch die eine. Und dann darf er sich sein Feierabendbier holen. Okay. Ah, nein. Gar nicht wahr? Ich brauche noch. Ich brauche noch ein paar Waffenproduktion. Ihr seid hoffentlich noch auf Verteidigung, ja. Na, ich muss mal langsam meine Mission, meine Missionstransporter wieder herholen. So, du baust jetzt noch Waffenproduktion. Und zwar hierher haben sie. Selbstverständlich. So. Ich bin gerade auf der ganzen Schilder upgraden. Und dann... ...kriegen die alle noch... Ah, was ist das nur... Ach, ich habe bloß ein... Ja, von mir aus. Ich habe nur einen großen Turm gebaut und keinen schweren. Jetzt am Anfang ist das noch nicht so wichtig. Mit dem Laser. Aber das wird noch wichtig werden. Das kann ich schon verraten. Deswegen... ...werde ich jetzt schon mal alle schweren Türme hier komplett mit Lasern ausrüsten. Und dann noch ein paar kleine Türme hinstellen, die dann mit AA-Kanonen ausgerüstet werden, damit die sich gegen die Flugzeuge wehren können. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Was, Dave? Ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Auf dem Weg. Gegner in Sicht. Wir werden angegriffen. Da. 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 So. 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 Ja. Die Beute steht unter Beschuss. Auf dem Weg. Komplanner? Okay. Transporter ist angekommen. Ich bin getroffen. Jetzt kommen sie mit ihren Mechs. Und jetzt bin ich froh um die Laser. Einheit verloren. Mist. Oh, das Baufahrzeug ist down. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay. Die Beute steht unter Beschuss. Bin getroffen. Jawohl Kommandant. Ja, dann muss ich mal schnell ans Einfliegen. Aber ich glaube der ist voll, ja. Oh. Feind in Sicht. Oh. Oh, fahrt ihr mal da weg. Warum steht ihr an der Front? Da braucht euch keiner. Da gehört ihr nicht hin. Okay, die werden jetzt ebenfalls noch ausgerüstet mit Waffen. Waffen. Da sind sie. Dann kriegt die einen Zielort. Und. Wo sind sie? Erwarte Befehle. Keine Ahnung. Unterwegs. Ich sehe niemanden. in die Zange. Ah. Ja, ja. Wir sind getroffen. Einheiten verloren. Ah, da kommen die schweren Welchs. Hm. Na gut, egal. Jetzt gehen wir erstmal ganz kurz in. Halt. Ne. Erstmal ausladen. Ich bin noch nicht ganz fertig. Bevor ich den neuen Einheiten konstruiere. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Zum Gebäude steht unter Beschuss. Ab was aber kommen. Gegner in Sicht. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Verdammt. Ich bin getroffen. 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 Das ist los. Scheiße. Ab was aber kommen. Scheiße. Scheiße. Ach, das sind diese blöden... Das sind diese... Oje. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ihr dürft nicht so weit vor. Verdammt. Das sind die Granatwerfer. Verdammt. Zurück, bitte. Das Gebäude steht unter Beschuss. Mist. Einheit verloren. Einheit verloren. Oh, die habe ich noch gar nicht umgerüstet hier. Wow. Wow. Und ich habe keine einzige Rap-Einheit mehr. Wer schießt denn da noch? Irgendeiner schießt hier noch. Und die Alte erfasst. Das ist richtig. Scheiße. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Okay, wow. So, ich werde jetzt trotzdem mal was konstruieren, weil ich sonst es irgendwann nicht mehr schaffe, wahrscheinlich. Wie ihr seht, haben wir den Ural, wir haben Volga, wir haben den Kozak, wir haben den Ataman, wir haben den Han und wir haben den Tor. Das sind unglaublich viele sehr hilfreiche Einheiten. Und davon werden wir jetzt eigentlich im Prinzip zwei Arten, zwei Typen bauen. Wir werden Artillerieeinheiten bauen und wir werden Lasereinheiten bauen, weil mit den Lasereinheiten killen wir die Einheiten der Gegner und zwar ziemlich heftig, wenn das viele auf einmal sind, dann haben die gar nichts mehr zu lachen, auch wenn die dicke Schildgeneratoren haben und wir bauen Artillerie, um damit aus der Ferne die Basis angreifen zu können. Das ist meiner Meinung nach zumindest was den Kampf mit dem Panzer angeht, die effektivste Variante. So, jetzt haben wir hier den den reinen Laser-Ural und wir brauchen noch den reinen Artillerie-Ural. Zack, zack und auch Profi. Und dann brauchen wir noch die Helikopter. Eigentlich, ich habe nicht unbedingt vor, mit denen zu spielen, aber wenn ich sie schon mal bauen kann, dann möchte ich sie auch mal in meine Liste aufnehmen. Ja, okay, also ich werde mal mit dem Ataman anfangen und dann noch den Tor an den Hand. Eigentlich sind die nur dann richtig stark, wenn sie die Bomb-Base haben. Damit sind sie extrem gefährlich, weil sie so viel Schaden machen. Außerdem brauchen wir eigentlich noch den Minenleger, weil ich weiß, dass es in dieser Mission auch einige Minenfelder gibt. Aber vielleicht brauchen wir die jetzt gerade auch noch gar nicht. Gut. Wir machen weiter. Was ist noch das Feuer? Gebäude steht unter Beschuss. Wir fahren. Produktion abgeschlossen. So. Probleme? Unterwegs. Die Typen da oben, die bekommen auch eine Gruppe. Und zwar die Zweiergruppe. Und dann kann ich mal anfangen, Einheiten zu bauen. Und zwar erst einmal nur Ural. Oh mein Gott. Angriff. Jawohl, Kommandant. Was ist los? Da sind sie. Das passiert übrigens auch. Das einfach mal eben feindliche Flugzeuge mitten in der Basis spawnen. Einfach so. Ich meine, das habe ich ja auch, kenne ich auch aus Moon Project, dass das mal passiert. Aber nicht, dass es ständig und immer wiederkehrend passiert. Es passiert nämlich jetzt, es wird immer mehr und sie werden, also sie werden immer mehr Einheiten. und es hört nicht auf. Was ist los? Unsere Gebäude steht unter Beschuss. Hat was abbekommen. Produktion abgeschlossen. Oh, da schießt einer. Ah, okay, der schwere Turm ist repariert worden. Okay, okay. So, jetzt kann man mal diese Waffen hier hinten austauschen. Das sollten alle sein. Der hat, glaube ich, auch noch keine Waffe. Ja, da kriegt er auch ein Lasergeschoss. Wie viele Versorgungstransporter habe ich da noch? Vier. Ja, voll. Ja, voll, kommandant. Oh, ich habe jetzt noch eine Idee. Und zwar nehme ich mir meine ganzen Stealth-Einheiten und positioniere sie einfach an der Brücke. Fertig. Na, jetzt vielleicht noch nicht. Ich bin getroffen. Ich habe was abbekommen. Ich habe was abbekommen. Ich bin getroffen. Produktion eingelaufen. Ich bin getroffen. Gebäude verloren. Hm. Produktion abgeschlossen. Da sind wieder Granatwerfer irgendwo in der Ferne. Ich bin getroffen. Ziele erfasst. Ich bin noch nicht losgeflogen. Ich bin noch nicht losgeflogen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Produktion abgeschlossen. Unser Gebäude steht unter Beschuss. Produktion angelaufen. Was jetzt? Transporter ist angekommen. Ausladen. Und du brauchst jetzt einen Radar. Und zwar hier hin. Damit kann ich bei Nacht dann besser sehen. Produktion abgeschlossen. Was jetzt? Was jetzt? Easy winch in, Commandant. Scheiße. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Okay. Einheit verloren. Produktion angelaufen. Zur Gebäude steht unter Beschuss. Ja. So. Wir werden dann angegriffen. Wir sind Kuppertrollen. Wir sind Kuppertrollen. Okay, sie fahren trotzdem über die breite Brücke. Das wird wahrscheinlich nicht viel werden. Was ist eigentlich, wenn ich ihn... ...wie ich das liebe? Die Salamander haben Radar. Deswegen werden die Stealth-Einheiten aufgedeckt. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Was würde es denn bringen? Ich glaube, ich sollte einfach die Brücke zerstören. Aber ich nehme an, dann würden sie einfach über die andere Brücke kommen. Die Produktion angelaufen. Die Lokale hat sich sehr viel Individuen. Die Trainer ist fast. Die Dr어요! Die Dröck! Die Dröck! Ja, sie sind die Dröck! Die Dröcken! Die Dröcken! Die Dröck! Die Dröcken! Die Dröcken! Er hört denn jetzt überhaupt nicht mehr auf. Wann? Kriege ich denn jetzt auch mal ne Pause? Produktion angelaufen. Einheit verloren. Verdammt. Einheit verloren. Verdammt. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit verloren. Ich bin getroffen. 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 Ich habe was abgekommen. Was ist los? Verdammt. Produktion abgeschlossen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Überwλα Faith. Achtung. 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 Ah. Probleme? Ja. Was ist los? Produktion angelaufen. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Als jetzt. Okay. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Jawohl. Jawohl. Wird erledigt. Jawohl. Produktion abgeschlossen. Was jetzt? Jawohl, Kommandant. Selbstverständlich. Produktion angelaufen. Ja. Hm. Da ist noch eine Stealth-Einheit, die ich vergessen habe. Mhm. Auf dem Weg. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Was jetzt? Ja, kommandant. Roger. Codiere Signal. Jawohl. Ich sehe Sie. Unterwegs. Was ist los? Gegner in Sicht. Auf dem Weg. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Auf dem Weg. Produktion abgeschlossen. Die sind hier eigentlich ganz gut, weil sie können nicht gesehen werden von allen Einheiten und sie machen Schaden. Was jetzt? Roger. Auf dem Weg. Ich bin getroffen. Was ist los? Oh Gott, jetzt kommen die ganzen Versorgungstransporter dahin. Einheit verloren. Okay. Weg ist er. Okay. Produktion abgeschlossen. Er fahrt zurück in die Basis. Produktion angelaufen. Checkpoint gesetzt. Hier ist der Eingang zur Basis. Ich bin auf dem Weg. Und hier stehen so viele Türme und Kraftwerke, dass man jede Menge Panzer braucht, um da überhaupt Land zu sehen. Checkpoint gesetzt. Da kommen sie. Das Gute ist, man kann sich hier irgendwo hier hin platzieren. Oh. Hm. Okay. Dahin nicht. Von mir aus dahin. Und dann ist man da einigermaßen sicher. Was ist das hier? Ah, das ist ein Kraftwerk. Okay. Ähm. Erwarte Befehle. Da werde ich jetzt mein Helikopter einfach, mein Aufklärer einfach stehen lassen. Und dann mit meinen Panzern nachkommen. Wie kann ich dann eigentlich noch bauen? Oh, ich kann ja noch jede Menge bauen. Das muss ich wahrscheinlich sogar. Produktion angelaufen. Roger. Nur wenn die zurück sind, dann werden die auch wieder eingruppiert. Ja, boah. Gegner in Sicht. Wir fahren. Oh, bitte nicht zu sehr. Ach komm, auf der Brücke. Muss der unbedingt den aufmunitionieren. Ja. Die Versorgungstransporter. Die lieben. Mach dir mal bitte Verteidigung. Ihr seid, ihr müsst jetzt nicht unbedingt schießen. Okay. Was ist los? Jawohl. Da sind sie. Kuck mal, dass die Brücke ist. Haha. 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 Ja. Ja. Ich bin getroffen. Produktion abgeschlossen. Du spott, ey, ey. Wir werden dann getroffen. Was jetzt? Ja. 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 behövt. Ja. Ja. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier range outcomes. Ja. Wir speichern. Und fahren hierüber. Produktion angelaufen. Jawohl, Kommandant. Feinde in Sicht. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Was jetzt? Jawohl, Kommandant. Feuer, Rappers angekommen. Direkt. Ja, Gegner. Rappers abbekommen. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Ja, jetzt trennt sich die Spreu vom Reizen ziemlich schnell. Wenn man so viele Einheiten als Gegner hat und so starke Plasma-Einheiten. Die Spreuze. Die Spreuze. Was jetzt? Ja, kommen Sie. Das war's für mich. Potsamun, jetzt. Fertig, wir fahren. Produktion abgeschlossen. Feind in Sicht. Produktion angelaufen. Jawohl. Oh, sie sind repariert. Wir fahren. Jawohl, Kommandant. Da sind sie. Wird erredigt. Jawohl. Auf den Weg. Ja, die dürfen da ruhig durchfahren. Die werden da sowieso gegrillt an meiner Basis. Bereit. So. Speise ich nochmal. Und jetzt versuche ich mit den, äh, mit den Stealth-Einheiten hier die Kraftwerke zu zerstören. Indem ich hier rein fahre. Weil die können ja von den Gebäuden nicht gesehen werden. Produktion abgeschlossen. Heute steht unter Besuchsproduktion angelaufen. Einheit verloren. Ach, Mann. Produktion angelaufen. Tja, sie haben es geschafft. Ja, komm mal. Verein, Verein, Verein. Feind in Sicht. Nein. Nein. Okay, das sind Team Minen. Einheit verloren. Direkt. Was ist los? Sie wünschen. Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Geht. Na gut. Das ist ne... Gar keine so dumme Idee gewesen. Aber... Dadurch, dass das alles von Minen ist. Okay. Äh, nein, 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 nein. Nicht die Rebs. Natürlich die Artillerie-Panzer. Gegnerin sehen Sie. Ah, da ist schon der Nächste. Hab was abbekommen. Ich hab voll. Auf den Weg. Wo seid ihr? Ja. Ich hab was abbekommen. Feuer frei. Wir fahren. Verdammt. Angriff. Feuer frei. Hab was abbekommen. Auf den Weg. Kein Hinsicht. Angriff. Ich bin getroffen. Oh Gott. Das ist wieder eine ganze Armee. Und ich hatte gehofft, als ich zuletzt auf dem Mittel verloren habe, dass die Armeen auf easy kleiner sind. Sind sie aber nicht. Die sind exakt gleich groß. Prodruktion abgeschlossen. Not. Prodruktion abgeschlossen. Ja, kommen Sie. Back. Right. Was jetzt? Wie Sie wünschen, Kommandant. Was ist los? Wir fahren. Prodruktion eingelaufen. Ich glaube, ich kann das mit dem Rückzug so ziemlich vergessen, weil ich werde hier so unter Dauerfeuer genommen haben, dass mir nur eine Flucht nach vorn hilft. Jawohl, Kommandant. Jawohl. Feuer frei. 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 Da hat er angegriffen. Nicht so weit vorfahren. So, jetzt geht's weiter. So, ungefähr an derselben Stelle, an der wir vorher waren. Geld hat er aber anscheinend keins mehr. Was schon mal gut ist. Er hat halt nur noch seine blöden Dauer... Spawns. So, das Baufahrzeug, das fährt erstmal hier runter. Und ich baue gleich nochmal Neues. Beziehungsweise, ich schicke ganz in die Bluesten Mission. Da muss ich keins bauen. So, welche Mine ist jetzt erschöpft? Die hier ist erschöpft. Die ist gleich erschöpft. Ja, die sind alle gleich erschöpft. Was ist los? Bodenschätze ausgebeutet. Feuer frei! Bodenschätze ausgebeutet. Feuer frei! Angriff! Produktion abgeschlossen! Produktion angelaufen! Produktion abgeschlossen! Was jetzt? Produktion angelaufen! Tja, die sind nämlich jetzt schon leer. Kraftwerk... Produktion abgeschlossen! Produktion angelaufen! Gibt es Arbeit für mich? Selbstverständlich! Produktion abgeschlossen! Selbstverständlich! Selbstverständlich! So, und wieder zu... Ah, wobei, der kann erstmal hier stehen bleiben. Ich habe ja noch ein zweites Baufahrzeug, das ich jetzt hier in die Mission schicke. Ich habe ja noch ein zweites Bauwerk, das ich jetzt hier in die Mission schicke. So. Einheit verloren! Sport day! Einheit verloren sich! Die machen die ganzen... Uja, sie sind getroffen! Deikertransporter kalt! Einheit verloren! Das schaffen die auch nur deswegen, weil die so viele sind. Verloren! Verdammt! Produktion abgeschlossen! Selbstverständlich! Produktion angelaufen! Okay, machen wir erstmal kurz langsam. Äh, ich bin erschöpft. Das heißt, die kann ich alle verkaufen. Produktion abgeschlossen! Produktion angelaufen! Produktion abgeschlossen! Produktion angelaufen! Produktion abgeschlossen! Ja! Jawohl! Was ist los? Ihr fährt alle hier runter. Wir fahren! Was ist los? Wird erledigt! Produktion abgeschlossen! Produktion abgeschlossen! Warum nicht? Selbstverständlich! So, jetzt muss ich auch aufpassen mit dem Geld. Jetzt habe ich nämlich keinen Nachschub mehr. Jetzt baue ich auch erstmal keine Einheiten mehr. Jawohl! Sonst muss ich sie aus der Hauptbasis her schaffen. Okay, speichern. Feuer! Feuer! Transport herpes. Feuer! 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 Nicht so nah! Aber was machst du da? Nicht so nah! Feuer! 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 Was ist los? Feuer frei! Tear fast! So, jetzt haben wir jetzt zumindest mal einen Eingang. Feuer frei. Die Spawns wären tatsächlich weniger. Okay, jetzt schauen wir mal. Habe ich einen Minenleger gebaut? Nee, glaube ich nicht. Also, konstruiert. Dann werde ich jetzt mal schnell einen bauen. Von mir aus gerne mit Ionen-Kanone. So. Produktion angelaufen. Was ist los? Wir fahren. So, jetzt speichern wir wieder. Jawohl, Kommandant. Da kommen sie nämlich nicht hin. Und bis sie mal ihren scheiß Fahrweg geändert haben. Fahrt doch mal bitte hier. Ja, das ist das. Ich glaube nicht. Ich habe den längsten Befehl gegeben. Und ich muss ihnen den Befehl fünfmal geben. Bis sie es dann mal checken. Angriff. Wer schießt denn? Wer schießt denn? Warum fährt der denn da oben? Oh, Mann. Er schießt gegen die verdammte Wand. Was jetzt? Wir fahren. Wir fahren. Okay. Wie lange brauchen die Minenleger noch? Also gleich fertig. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Naja, hier wäre es jetzt wahrscheinlich sinnvollen Helikopter zu haben. Aber das sind wahrscheinlich auch AA-Plasma-Kanonen. Die kann man nicht mal so eben mit dem Helikopter abschießen. Fliegt mal bitte auf die andere Seite der Gebirge. Jawohl. Unterwegs. Feind in Sicht. Aha. Was genau ist das Ziel? Einfach nur den ganzen Stützpunkt zerstören. Kodiere Signal. Totale Verschwendung von Ressourcen. Mhm. Produktion abgeschlossen. Ja, auf den Weg. Lass den in Ruhe. Der macht nix. So. Fertig. Auf den Weg. Ähm. Probleme? Hehehe. Ja. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn ich hier unten noch eine Waffenproduktion hinstelle. Aber die kostet 2000. Ja. Roger. Da sind sie. Unserer Basis wird anziehen. Ich bin getroffen. Einheit verloren. Das Gebäude steht unter Beschuss. Wir werden angegriffen. Einheit verloren. Pff. Unglaublich. Ja, okay. Aber jetzt weiß ich nicht. Bin auf dem Weg. Dass hier wieder in die Nächsten kommen. Hab was abbekommen. Was jetzt? Okay. Okay. Oh, Minenleger ist... Nee. Ich glaube nicht, dass einer gestorben ist, aber... Ja. Problemen. Unterwegs. Okay. Jawohl. Ja, Kommandant. Wir fahren. Okay. Ich sehe sie. Was jetzt? Auf dem Weg. Bereit. Ich bin getroffen. 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 Feuer frei. Da kommen sie. Transporter ist angekommen. Feuer frei. Feuer frei. Ich bin getroffen. Feuer frei. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Einheit verloren. Verdammt. Jawohl. Da kommen Sie. Ziel erfasst. Was ist los? So, jetzt haben wir da die Minenleger nach vorne. Ja, der eine ist nämlich schon fett auf eine Mini gefahren. Jawohl. Mhm, mhm. Okay. Okay. Wir fahren. Okay. Speichern. So, schießen. Nicht so weit vor. Schöne Mine getroffen. Was jetzt? Ja, kommen wir dann. Tchö. Okay. Penner in Sicht. Fertig. Mir gefällt das nicht, dass dieser Helikopter jetzt von Norden gekommen ist. Fertig. Ich bin auf dem Weg. Da kommen Sie. Fertig. Wir fahren. Jawohl. Ziel erfasst. Auf dem Weg. Nicht so weit vor. Nicht so weit vor, verdammt nochmal. Ich bin getroffen. Ziel erfasst. Hat da wieder eine Miene gefressen. Feuer frei. Da sind sie. Angriff. Ziel erfasst. Feuer frei. Feuer frei. Da sind sie. Feuer. Auf dem Weg. Feuer frei. Fertig. Fertig. Okay. Nicht so weit vor. Das ist los. Unterwegs. Jawohl. Feuer frei. Feind in Sicht. Feind in Sicht. Feuer frei. Okay. Feind in Sicht. popat. Feuer frei. Feuer. Ok. Na toll. Sie haben einen Haupttransporter gekriegt. Kriege ich dafür jetzt Ersatz? Herr Schaas, gehen wir betaufen! Angriff! Produktion angelaufen! Bin getroffen! Bin getroffen! Was jetzt? Verdammt! Jetzt gibt's Riesenstau! Einheit verloren! Angriff! Verdammt! Das hört halt einfach nicht auf. Es sind noch 50 mehr Einheiten, die da kommen. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Warum kann ich den verdammten Gegner nicht sehen? Ich bin getroffen! Feuer! Kommandant! Bin auf dem Weg! Jawoll! Feuer im Maschinenraum! Feind in sich! Kodiere Signal! Feuer! Angriff! Jawoll! Gefangen! Da sind sie! Angriff! Angriff! Was ist los? Okay! Was? Hier kommen alle! 445 Jahre alt! Drei fang! Ich bin getroffen! Drei fang! Drei fang! Heuur! frei wird der muss wieder auf eine mine gefahren sein was ist los das ist los scheiße fast Feuer! Feuer! Finanze! Jawohl, Kommandant! Feuer, Sarai! Feuer! Jawohl, Kommandant. Ich bin getroffen. Feuer frei. Ich habe etwas abbekommen. Ziele erfasst. Ich bin getroffen. Feuer. Schleif von Fynn an. Direkt. Feuer. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Feuer. Die Heck. Jawohl, Kommandos. Feuer, siehst du. Gefallen. Bereit. Unders. Auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg. Die kommen, siehst du. Auf den Weg. Die kommen, siehst du. Ich bin getroffen. Auf den Weg. Feuer, frei. Was? Okay. Feuer frei. Feuer. Unbeiß. That's it. Okay. Fahr halt mal ein bisschen schneller weg. Gealer fast. Ja, Comandant. Was jetzt? Feuer! Feuer! Wir haben halt Strom. Wir müssen getrennt werden vom Strom. Das ist halt alles für die Artillerie. Nicht so weit vor. Es ist immer einer. Einer der meint Rambo spielen zu müssen. So. Jetzt haben wir die großen... Ich bin getroffen. Ach. Ich bin getroffen. Jawohl. Ich bin getroffen. Was ist los? Wir fahren. Ich hab was abbekommen. Ich bin getroffen. Einheit verloren. Jawohl. Ich hab was abbekommen. Wir fahren. Gegnerin. Einheit. So, willkommen zurück. Wir hatten einen dicken Absturz. Feind in Sicht. An einer ziemlich kritischen Situation, die ich jetzt tatsächlich mehrmals neu probieren musste. Hier kamen ja aus dieser Richtung hier unten einige Mechs und auch unsere Hauptbasis ist krass wieder angegriffen worden von Flugzeugen. Aber das habe ich jetzt alles überstanden. Und ich hab auch alle meine Einheiten hier zurückgezogen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ich bin unter Beschuss. Ich bin unter Beschuss verloren. Ja, solange sind meine Artillerie-Einheiten nicht zerstören, ist das nicht ganz so wild. Ziel erfassen, verdammt. Da sind halt unglaublich viele von denen. So, der... Die Minenleger dürfen wieder zurückfahren. Produktion abgeschlossen. Ähm... Die Artillerie darf da ruhig stehen. Oh, da sind noch mehr. Man hört das dann mal auf. Das Problem ist... Ähm... Das gibt Einheiten der Gegner, die latschen hier strikt einfach straight nach Norden und greifen dann meine Hauptbasis an. Produktion angelaufen. Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sehe ich jetzt mal mich im Moment gerade dazu gezwungen, noch mal ein paar Verteidigungseinheiten zu bauen. Produktion angelaufen. Ähm... Falls das noch mal passieren sollte. Produktion angelaufen. Okay. Ihr könnt auch hier gerne mal die da oben noch reparieren. Ähm... Ähm... Ja. Und das Baufahrzeug. Fährt mal bitte zurück und baut hier mal noch ein paar kleine Türme hin. Falls die wiederkommen. Und die kommen wieder. Die Flugzeuge. So, alle repariert. Ich weiß es nicht. Kommt mir nicht so vor. Aber egal. Äh... Wir schicken erst mal wieder die Minenleger vor. Ich könnte eigentlich hier auch noch eine riesige Gruppe an Verteidigungsgebäuden bauen, aber... Ich glaube auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Okay. Wenigstens habe ich jetzt wieder diesen... Spawn... Auf dem Weg. Überlebt. Was jetzt? Ich hoffe mal, dass jetzt... Nicht so... Oh! Was jetzt im Weg? Ich glaube, das sind... Scheiße! Ich glaube, das sind... Gegnerische Gebäude. Fertig. Wir fahren. Ziel erfasst. Da sind sie. Feuer frei. Feuer frei. Wir fahren. Ja, nicht so ganz so weit vor. Ach, da sind sie, die Türme. Oh, da ist wieder einer schön auf eine Mine gefahren. Da sind sie. Feuer. 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 Wir fahren. Warten. Ziel erfasst. Nicht so weit vor. Nicht so weit vor. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Ziel erfasst. Gibt es Arbeit für mich? So, du darfst jetzt mal ein bisschen weiter erkunden. Ja, ich sehe sie. Wo? Hm. Ziel erfasst. Produktion abgeschlossen. Ziel erfasst. Produktion angelaufen. Produktion abgeschlossen. Nicht so weit nach vorne. Produktion angelaufen. Angriff. Produktion abgeschlossen. Was ist los? Produktion angelaufen. Ich lasse jetzt meine Hauptangriffsarmee hier, die die Gegend einhalten, ist erstmal auf Feuer frei. Das muss jetzt sein, wo sie kommen. Ach, das ist halt bloß irgendwelche Dummköpfe hier rumstehen. Wir kostenloscuts. Thank you. Wir kosten alles wirklich Gracias nicht an . Funde stoßen, dann geht's ihm ein Ger actress immer wieder auf. Huert an dich? Funde junge, dein Vater. Beide ich ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt nutze ich dir die Bäume als Schutzschild Ja, okay, hier sind jetzt auch anscheinend keine großartigen Minenfelder mehr Habt ihr alle wieder Munition? Ja, habt ihr, okay Ah, zurück! Oh, genau das meine ich Scheiß Minen Ah ja, da sind sie wieder Okay, ähm... Dann warte ich erstmal hier Und die Typen hier Die schicke ich alle hier runter Ich bin getroffen Ich bin getroffen Wie Sie wünschen, Kommandant Produktion abgeschlossen Verdammt Jawohl Ich bin getroffen Ich bin getroffen Ich bin getroffen Ich hoffe mal, dass jetzt erstmal keine... Jawohl Die sind jetzt hier ganz schön... Auf dem Präsentierteller Wenn da jetzt Einheiten kommen, sind die am Arsch Jawohl, klar Jawohl, Kommandant Was ist los? Ziele erfasst Gehen wir jetzt erstmal wieder mit den Minenlegern nach vorne Warte, da ist sogar noch was Ja Ziel erfasst Auf dem Weg Was jetzt? Ziel erfasst Bin getroffen Jetzt haben sie wieder sich selbst getroffen, indem sie gegen die Bäume geschossen haben Wir erfahren Was ist los? Scheiße Oh, zurück Was ist los? Ziel erfasst Ziel erfasst Ziel erfasst Ich hoffe Ich hoffe, dass es reicht Ich hoffe, dass es reicht Wie viele Versorgungstransporte habe ich im Moment noch? Genug Okay Gut Dann geht's weiter Wo kommen sie? Wo kommen sie? Ach, das sind bloß die Minenleger Was ist los? Ziel erfasst Ziel erfasst Ich bin getroffen Wir fahren Ah, wieder auf die Mine gefahren Und wieder auf die Mine gefahren Oh, hier ist echt was los, was Minen angeht Ich bin bereit Ich muss immer das Ding richtig sweepen Den ganzen Korridor hier Okay Jawoll Ziel erfasst ... Wir sind fast Das heißt, wir sind nicht Wir sind problem Ungewoll phen Wir sind unterwegs wir sind getroffen zurück nach da sind da oben sind auch noch welche ja Feuer das ist los Feuer frei Feuer ja okay Ziel erfasst Feuer Feuer kein strom mehr auf den großen gebäuden auf dem weg aber es ist wieder stockdunkel natürlich sind da noch ein paar kleine türme ich bin getroffen Angriff ich bin getroffen ich bin getroffen Feuer frei Feuer was ist los auf dem Weg okay okay also jetzt habe ich hier gerade zumindest ein ganz gutes Spiel wieder erfasst Feuer Feuer jawohl ja komm Feuer Liebe Zuschauer, es gab einen Mega-Absturz mal wieder und danach ging mein Programm nicht mehr und ich musste eine Stunde oder zwei oder noch länger erstmal rausfinden, was denn schon wieder nicht geht und jetzt geht's wieder. Und ich habe eine Einheit verloren, falls ihr es noch nicht mit dem Programm habt. Okay, aber dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall meine Panzer schützen muss. Ah, da sind sie schon. Einheit verloren. Produktion abgeschlossen. Ich bin getroffen. Produktion angelaufen. Einheit verloren. Nein. Was ist los? Ja, wieso ist da jetzt? Achso. Verdammt. Oh, haben sie noch eigentlich ganz gut geschafft hier. Bauen wir gleich nochmal welche von den Laser-Urals. Produktion angelaufen. Jawohl. Angriff. Produktion abgeschlossen. Man klickt daneben, weil der Bildschirm wackelt. Feuer frei. Ja. Ja, komm mal. Feuer. Nicht so weit vor. Was jetzt? Ziel erfasst. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Was ist los? Ziel erfasst. Feuer. Wenig Material zu verfügen. Oh, das ist alles kein Geld mehr. Ja, gut. Damit muss ich jetzt leben. Der Eck. Ziel erfasst. Verdammt. Wir fahren. Was jetzt? Feuer. 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 Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Fertig! Feuer! Feuer! Feuer frei! Du fährst! Wenn ich mit der Ringjahrt zur Verfügung komme. Feuer! Feuer! Unterwegs! Ziel erfasst! Okay. Ha! Der Teil der Basis ist endlich down! Das war jetzt echt ein Act. Was jetzt? Wir fahren! Okay. Wir brechen die Produktion ab. Produktion unterbrochen. Ja. Gut so. Und jetzt... Was jetzt? Denen geht es ganz gut, auch wenn... Oh, ist da einer gestorben? Äh, das sind nur fünf und es sollten eigentlich sechs sein. Oh. Waaat? Natürlich finden sie noch Minen. Echt jetzt, ey. Okay. Na gut. Äh, die Einser sind alle so ziemlich... voll wieder mit Munition sowieso, aber die sind auch repariert. Ähm. Ähm. Erwarte Befehle. Der... checkt jetzt nochmal den Rest der Karte ab. Checkpoint gesetzt. Fertig! Verdammt! Äh, hörh, hörh, weg hier, weg hier! Ich dachte, die sind alle ohne Strom. Ach na, das sind nur die kleinen Türme, die schießen. Ja, gut. Was jetzt? Feuer frei! Das... Das könnt ihr tatsächlich mal probieren, wie schnell sie es schaffen, äh, mit den... enormen Mengen an Lasern. Die Gebäude hochzujagen. die Herr Aufford. Das ist der Karte ab. Ab. Oben. Sie ist nicht gut, wie schnell sie... und wir äh, mit den Sch cavalern wegnehmen. Ich kann mich ab. Die Frau. Die Lerfassen. Was hat das bekommen? Direkt. Unbrecht. Was hat das bekommen? Unbrecht. 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 Wir fahren. Was ist los? Feuer. Ich bin getroffen. Was hat das bekommen? Angriff. Ich bin getroffen. Ja, das geht ganz schön schnell. Normalerweise brauchen diese Panzersperren ziemlich lange. Feuer. Feuer. Ich hab was abgekommen. Feuer. Okay. Ich denke, jetzt werden sie es alle allein schaffen. Mehr schicken. Große Aufklärer hier. Roger. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Jawohl. Okay. Die können eigentlich zurückfahren. Deswegen schicke ich sie jetzt auf zurück. Wir fahren. Okay. Ich hoffe mal, jetzt sind hier keine Minen mehr. Ich speichere mal ab und dann mache ich Vollgas. Okay. Langsam. Ich werde eine Bang. Ich hoffe mal, sie denke ich sie weil ihr funktioniert. Ich werde mit ständig durch sein. Die Lage bei der vegetation haben. Los, ihr meins자�kt meine An층. Dann ziemlich schnell sie sich now. Ich werde mit ständig gehen. Ich werde mit schlagen. Ich werde mit derramaed. Der 다양한 ganze Flamme. seemingly unterschrauben um. Okay, das laden wir nochmal. Das ist mir dann doch zu viel des Guten. Okay, die werden wahrscheinlich gleich angegriffen werden hier. Die können jetzt zurückfahren, weil sie reparieren müssen. Und du hast keinen Strom mehr, also es verkauft. All right, wir fahren. Was jetzt? Okay. Okay. Habe ich eigentlich noch eine Basis? Eine Transportbasis? Nein, ich glaube nicht. Wie ist es irgendwann mal hier zerstört worden bei einem der großen Angriffe der UCS-Flieger? Okay. Steht denn hier überhaupt noch irgendwas? Also, ich habe auf jeden Fall noch nicht das Missionsziel erreicht. Ich schätze mal, vielleicht muss ich auch über diesen Fluss rüber. Jawohl, Kommandant. Ja, wir haben ja gleich mal, der Dings ist ja gleich da, der... Ich bin auf dem Weg. Der Aufklärer. Okay, machen wir Vollgas. Aber hier ist nur noch Gebirge. Da ist nicht mehr großartig eine Basis. Naja, es werden wohl irgendwo noch irgendwelche kleinen Mistgebäude stehen. Also, da muss ich die Karte abscallen. Also, hier ist definitiv nichts mehr. Kodiere Signal. Okay. Jawohl. Roger. Kodiere Signal. Ja, es wäre schon ganz gut, wenn ich deren Gebäude jetzt finden würde, bevor die nächste Welle kommt. Kommandant. Hier ist aber nichts. Bin auf dem Weg. Ich habe wahrscheinlich irgendeinen kleinen Turm übersehen, der hier irgendwo rumsteht. Ah, da ist noch was. Warum ist das so dunkel? Na gut. Okay. Laden wir das? Ich glaube, ich lade es lieber doch nicht. Ich habe es ja ganz gut überstanden. Was ist los? So, das bauen wir alles ab. Wir fahren. Wir fahren. Problemen? Selbstverständlich. Was ist los? Angriff. Angriff. Das fluch. Ja, jetzt wird es. Nein. Das fein. Ich habe es abbekommen, die ihn erfassen. Ich bin ein Verluchter. Feuer. Abfahren. Geschafft. Der Zarg gratuliert mir gut gemacht, General. Das denke ich, sollte die UCS erst einmal ein wenig beschäftigen. Das wird sich zeigen. Es könnte sie allerdings auch zu einem erneuten Angriff reizen. Das glaube ich kaum. Melden Sie sich bei mir, wenn Sie in Ihrem Hauptschutzpunkt zurückgekehrt sind. Wir haben innerhalb der Idee Schwierigkeiten mit einem Teil der Truppen. Ich möchte Sie in dieser Angelegenheit sprechen. Jawohl, Genosse Zar. Sind wir etwa dieser Teil der Truppen, mit denen er Probleme hat? Ach, jetzt ist die Mission einfach rum. Ich darf meine Einheiten nicht zurück in meine Hauptbasis beordern. Was soll das? Was ist jetzt, wenn ich jetzt auf Schließen klicke? Dann ist nichts mehr da. Was soll das? Leute, was soll das? Das ist doch unfair. Jetzt muss ich tatsächlich die Mission neu laden. Und sehr, sehr schnell gucken, dass ich meine Einheiten zurück in die Dings bekomme. In die Hauptbasis. Oh mein Gott. Also, da sind echt haarsträubende Bugs teilweise jetzt. Also Bugs, die... Also das Programm funktioniert, aber es ist einfach kacke designt, die Mission. Was ist jetzt? Okay. Äh. Probleme? Ja. Was ist das? Ich nehme... Was nehme ich denn? Was jetzt? Ich habe kein Geld mehr, um noch irgendwelche Billigpanzer zu bauen. Hm. Scheiße! Einheit verloren. Der Bass ist mit angegriffen. Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Ich habe was abbekommen. Verdammt! Okay. Jawoll! Ich hoffe mal, dass das jetzt geht. Ähm... Jawoll! Vielleicht nehme ich einfach die ganzen Skeleteinheiten. Beziehungsweise... Ich fack... Ich fack... Einheit verloren! Ich bin getroffen! Ich bin getroffen! Fertig! Wir fahren! Okay, jetzt habe ich zwei von denen verloren. Kommen da noch mehr? Zwei sind okay. Ich bin getroffen! 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 Ich habe da noch zwei Stealths! Ich habe auch nur noch zwei Stealth, und die sind auch beide nur mit, ähm... Ähm... Ding ausgerüstet mit... auf dem weg mit laser das brauche ich nicht was ist los ja okay da kommen anscheinend keine mehr alles klar dann wird hier verkauft unterwegs so dann bauen wir produktion angelaus produktion eingelaufen und die kann ich dann verlieren produktion eingelaufen gibt es arbeit für mich selbstverständlich hier okay wie sie wünschen kommandant Was jetzt? Transporter ist angekommen. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Produktion abgeschlossen. Produktion angelaufen. Ja. So, wo war jetzt hier dieses Feld hier? Ja, Kommandant. Transporter ist angekommen. Hm. Okay. Produktion abgeschlossen. Was ist los? Produktion angelaufen. Produktion abgeschlossen. Okay. So, jetzt habe ich kein Geld mehr. Wenig Material zur Verfügung. Und wie viel Strom habe ich noch? Ja, da kann ich eins davon verkaufen. Was ist da oben? Naja, das hat leider noch eine Waffe oben drauf. Angekommen. Wenig Material zur Verfügung. Dann nehmt ihr mal kurz 5000 mit. Was ist los? Wir fahren. Lichtig. Wir fahren. Nein, nein, nicht Tunnel. Wir waren noch in keinem einzigen Tunnel. So. Hier sind sie. Was ist los? Transporter ist angekommen. Gibt es Arbeit für mich? Unterwegs. Wenig Material zur Verfügung. Ja, da. Produktion abgeschlossen. Wir fahren. Ja. So, wie viel Platz ist noch? Ah, ist voll. Wir werden angekommen. Es ist los. Ah, ich bin geflutzt. Ich bin geflutzt. Einheit verloren. Transporter ist angekommen. Scheiße. Ja, ich hoffe, die können sich einigermaßen verteidigen. Ich bin geflutzt. Oh, sie können sich verteidigen. Boah. Wie viele von denen haben es jetzt überlebt? Ich habe keine Ahnung. Fünf? Sechs? Doch, sieben. Okay. Das ist einfach... Ich habe viel zu wenig Zeit, um diesen ganzen Scheiß hier zu machen, ohne immer wieder angegriffen zu werden. Was ist los? Jawohl, Kommandant. Wird es jetzt vielleicht was? Ein bisschen langsamer. Auf dem Weg. Warum haben sie denn Licht aus? Scheiße. Einheit verloren. Die sollen immer automatisch Licht aushaben. Wie ich das liebe. Weil sonst werden sie entdeckt. Feiert. Auf dem Weg. So, ich warte mit dem letzten Turm. Nein. Natürlich ist der letzte Turm ein AA-Plasmaturm. Nein. Wieso habe ich es jetzt denn gut gemacht? Ich habe doch noch nicht den letzten... Warum? Alter Schwede, der letzte Typ. Ah, ich kann es nicht leiden, wenn so ein Scheiß die ganze... Wenn das so mies programmiert ist. Es sind noch ein paar Einheiten drin, okay. Na gut, es ist mir jetzt ehrlich gesagt egal. Ähm, mir ist das zu doof. Das immer und immer wieder so zu probieren, dass ich die Einheiten alle zurückbekomme. Ich habe einen Großteil der Einheiten gerettet, das ist gut. Ein paar davon habe ich jetzt verloren, das ist schlecht. Aber ich habe echt keinen Bock mehr, das jetzt hier weiterzumachen. Naja, egal. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bei dieser Mission, die ich mehrfach probiert habe, immer wieder abgestürzt ist und die mich in Summe über mehrere Tage Zeit gekostet hat. Jetzt ist sie geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.